Mit dem Muppet geht es jetzt hier nach Luang Prang Bang oder so ein Mist hier, keine Ahnung, wie man den Scheiß ausspricht. Ich sitze jetzt hier gerade am Christmas Day hier. Oh Mann, bin ich schon angeheitert, ne? Ja, auf so einem Bötchen bin ich auch gefahren, es war bloß ein bisschen größer. Ja, ich habe nämlich den Heiligen Abend und den ersten Weihnachtstag auf dem eben gezeigten Boot verbracht. Am ersten Tag waren es ungefähr sechs Stunden, am zweiten acht. War schon anstrengend da die ganze Zeit zu sitzen, aber naja, jetzt bin ich in Luang Prang Bang und besuche gerade die Altstadt. Sehr schön hier. Ich befinde mich mal wieder beim nächsten Tempel, bei TripAdvisor Stand, den darf man auf keinen Fall verpassen, also bin ich jetzt auch hier. Ja, ist halt mal wieder so ein Tempelchen, ne? Ja, das ist halt mal wieder so ein Tempelchen. Oh, das ist ein ganz schön langes Boot hier. What's up? Es gibt jetzt erstmal eine kleine Pause, ich sitze im Viewpoint Café und freue mich meines Lebens und werde gleich eine schöne heiße Tasse Kaffee trinken und diese wunderbare Aussicht hier genießen. Hier nochmal eine originale Bambusbrücke. Sieht man auch nicht alle Tage, vielleicht jeden zweiten. Tag ist ein schönen Tag. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 12. 13. 13. 13. 14. 15. 14. 15. 15. 16. ich bin jetzt hier den weg rauf gekraxelt zum top des wasserfalls und ich muss sagen richtig schöne aussicht von hier oben mei oh mei das hat sich gelungen im mit f f f f f f f F